Profi Fußballer und Social Media Star Der 40-jährige Nada Jindawi vom Berliner AK ist beides. Er feiert nämlich sowohl auf dem Platz als auch im Internet große Erfolge und schafft es, sich innerhalb kürzester Zeit eine große Fangemeinde aufzubauen. In diesem Video wollen wir... Wusstet ihr, dass ich mal gegen den Mann gespielt habe auf dem Bolzplatz? Sympathisch, ehrlich. Habe ich da auch ein paar Übersteiger gemacht, sowas habt ihr die Welt noch nicht gesehen. ...Baller und Social Media Star. Der 24-jährige Nada Jindawi vom Berliner AK ist beides. Er feiert nämlich sowohl auf dem Platz als auch im Internet große Erfolge und schafft es, sich innerhalb kürzester Zeit eine große Fangemeinde aufzubauen. In diesem Video wollen wir euch daher einen Tag im Leben von Nada zeigen. Und euch außerdem verraten, welche großen Änderungen es in seinem Alltag seit Oktober gibt. Also bleibt unbedingt dran hier bei Wissenswert. Nada zu Hertha, super cool. Ich sage euch so, wie es ist. Es hört sich komisch an und es ist immer so, dass man sagt, oh, der könnte bestimmt... Aber ich bin der Meinung, er könnte wirklich da mithalten. Also in der vierten Liga rasiert er die schon. Ich glaube, in der dritten Liga würde er auch die rasieren. So, erste, zweite Liga, glaube ich, Retalk hat dann... Außerdem ist Hertha scheiße. Meine Fresse, ich kann da auf der 6 ein bisschen was machen. Hier, zack, komm ran, hole ich mir den Dings da. Komm ran, komm ran, Darida, mehr zurückarbeiten. Ich mache das sogar bei Hertha. Ich sage so lange, bis es passiert. Ich hoffe, Hertha hier steigt ab und alle von oben werden entlassen, damit sie wieder ganz normal ihren Verein so fühlen können, wie sie es damals einigermaßen gemacht haben. So, dass es mal wieder ein bisschen authentisch ist und nicht, Digga, hier in welchem Spiel, Millionen... Meine Fresse, Digga. Der Tag startet für Nada in seiner hell und modern eingerichteten Wohnung, in der er mit seiner Frau Luisa wohnt. Das ist ein Fall oder? Nada ist nämlich auch in Berlin geboren und aufgewachsen. Und daher sehr glücklich, nachdem er in den letzten Jahren, unter anderem für Gräuter Fürth 2 in Bayern und Fortuna Düsseldorf 2 spielte, seit letztem Jahr nun wieder in seiner Heimat wohnen zu können. Zum Frühstück ist Nada dann typischerweise erst einmal eine spezielle Bowl, die er selbst die Jindawi Bowl nennt und die ihm Kraft für den Tag gibt. Sie besteht meist aus Bananen, Achai, Datteln, verschiedenen Beeren und Vanille oder wahlweise auch anderen gesunden Zutaten. Ja, mit Niesen und Maki, danke für die da seine Bowl, auch gerne direkt mit dem Auto. Er wohnt nämlich nicht nur in der Bundeshauptstadt, sondern spielt hier auch als Mittelfeldspieler für den Berliner AK 07 in der Regionalliga Nord-Ost, für den er seit dem letzten Jahr in bisher 27 Spielen 12 Tore schoss. Und so steht für ihn am Vormittag auch meist erst einmal Training auf dem Tagesplan. Dieses nimmt Nada ernst, sehr ernst sogar. Der 24-Jährige verfolgt nämlich schon sein halbes Leben lang, den Traum Profi-Fußballer zu werden. Aufgewachsen ist er im sozialen Brennen... Könnte er jetzt easy, also der könnte, glaube ich, safe zu einem Zweit- oder Drittligist. Ich wette, da gab es auch schon Angebote. Hier, warte mal, ich sage euch mal, wo Edi Geller groß geworden ist, Freunde. Edi Geller ist auch, ne? Traum Profi. Demgegen-Chat. Musste mir damals mit dem Brot verdienen, mit Straßenkämpfen und sowas. Mit Hühnerkämpfen, hab immer so einen Huhn gehabt. So, ich habe gewohnt in Tempelhof Kreuzberg. Hier so, nenn ihr. Tempelhof war ein Junge, 42-Chat. Exxon ist er im sozialen Brennpunkt Wedding. Wen klein. Als Zwölfjähriger an, dort Fußball zu spielen. Tennis Borussia, da hab ich auch gespielt übrigens, Chat. Ist ne Talentschmiede, da war illegal auch. Und wurde durch viel Talent und Disziplin innerhalb kurzer Zeit so gut, dass er schon mit 14 Jahren von einem Talentscout entdeckt wird und auf ein Fußballinternat kommt. Hier spielt er dann auch schon in der Bundesjugendliga und lernt mit 16 seine spätere Frau Luisa kennen. Zu der er damals allerdings zunächst den Kontakt abbricht, weil es ihm wichtiger ist, hier zu trainieren. Mittlerweile sieht das aber anders aus. Luisa begleitet Nada nämlich gerne zu seinen Trainingseinheiten und feuert ihn an. Nada gibt beim Training grundsätzlich immer sein Bestes und powert sich meistens vollkommen aus. Ich spierke. Ich hatte ihn auch gefragt gehabt, ob er beim Real Life Illigella Cup, ich hab schon ein paar Mal so ein bisschen mit ihm geschrieben gehabt. Warum muss auch gut verstanden? Also jetzt keinen krassen Kontakt, haben nur ab und zu mal geschrieben. Der Mann hat auch was von Elevate, der war sehr, sehr nett. Ich hab ihn gefragt, ob er beim Illigella Cup mitmachen will, beim Real Life Illigella Cup. Er meinte, das ist eine coole Sache und so, aber man merkt es glaube ich auch, der macht sehr viel mit seiner Frau. Und da meinte er so, die machen immer alles zusammen so. Ich hatte auch mal, ich wollte voll gerne mal mit ihm und Sidney so eine Fußballschein nicht aufnehmen, aber das macht er auch nicht, glaube ich. Krass, ich schwöre, ich muss nur noch besser werden. So erklärte er in einem Interview seine Motivation. Trotz einiger gesundheitlicher Probleme in der Vergangenheit hat er nie aufgegeben und steht daher heute dort, wo er jetzt ist. Obwohl Nada mit seinen fußballerischen Qualitäten sicher auch für die Dritte Liga geeignet wäre, ist er beim Berliner AK übrigens so glücklich, dass er ihn nie verlassen würde, nur um irgendwo zu spielen, wie er an einem anderen Interview erklärte. Zwar hat Nada immer noch den Traum, später einmal in einer höheren Liga zu spielen, allerdings möchte er nur wechseln, wenn dort alles für ihn passt. Daher hat der Fußballer in diesem Jahr auch seinen Vertrag verlängert. Nada liebt es nämlich, dass sein aktueller Trainer ihm so viele Freiheiten gibt und dass ihn seine Mannschaft so gut unterstützt. Durch diese Freiheiten hat er nämlich auch genug Zeit, sich seiner Familie, seinen Hobbys und natürlich seiner Social-Media-Karriere zu widmen. Nada ist... Mach Fußball-Challenge, du und Melina gegen ihn und Luisa. Zwar ein sehr erfolgreicher Fußballspieler, aber der Sport ist längst nicht die einzige Sache in seinem Leben. Tatsächlich hat sich der 24-Jährige auch innerhalb kürzester Zeit einen Instagram-Account mit über einer Million Followern aufgebaut und auch einen YouTube-Channel mit knapp einer Million Abos. Zwar hat Nada diese ursprünglich nur gestartet, um sein Leben mit seinen Fans zu teilen, aber dann packte ihn, genau wie beim Fußball, der Ehrgeiz und er schaffte es, sich eine Millionen-Reichweite aufzubauen. Durch diese Kanäle ist Nada übrigens mittlerweile auch finanziell unabhängig vom Fußball. Während er nämlich als Fußballer nur etwa 20.000 Euro pro Jahr verdient... Hat er das gesagt oder was? 20.000 im Jahr Regionalliga, was ist denn das? 1.800 oder so, ne? Doch, ich glaube schon, das ist Regionalliga-Guyte, würde ich auch so schätzen, zwischen 1.000 und 3.000. ...seine Social-Media-Einnahmen mittlerweile deutlich höher. Aber natürlich müssen seine Fans auch mit immer neuem Content unterhalten werden. Und diesen produziert Nada eigentlich immer, wenn er nicht gerade trainiert oder für Spiele auf dem Platz steht. Er teilt nämlich fast jeden Bereich seines Alltags. Die Zeit nach dem Training verbringt er dann besonders gerne mit seiner Frau Luisa, aber auch mit seiner kleinen Schwester Mila. Da der Content, den sie dabei für Social Media kreieren, hauptsächlich im Vlog-Format gefilmt ist, kombinieren Nada und seine Familie so täglich Freizeit und Berufliches. Die Nachmittagsaktivitäten der Jindauis sind dabei bunt gemischt. Sehr gerne fährt Nada mit seinem Anhang, beispielsweise mit seinem neuen Auto, einem schicken Mercedes, von dem der 24-Jährige schon seit Jahren geträumt hat durch Berlin und erkundet die Stadt. Hierbei gehen sie auch gerne auswärts essen oder shoppen und veranstalten dabei kleine Spiele zur Unterhaltung ihrer Zuschauer. So lassen sie beispielsweise den Kassierer entscheiden, ob Nada oder Luisa im Geschäft zahlen muss oder lassen die kleine Mila 24 Stunden alles entscheiden, was sie gemeinsam tun. Auch längere Spaziergänge oder Ausflüge in den Zoo oder in Ausstellungen stehen am Nachmittag häufig auf dem Programm. Wenn Nada, Luisa und Mila nicht gerade ihre Freizeit genießen und dabei Vlogs filmen, steht nachmittags, Wer ist die Kleine? Die Tochter? Nee, seine Schwester, glaube ich. Nachmittags aber auch manchmal zusätzlich die Produktion von anderen Videoformaten auf dem Programm. Hierbei setzt Nada auf von anderen Kanälen bekannte Erfolgskonzepte, wie zum Beispiel Pranks. In einem seiner beliebtesten Prankvideos schlüpft Nada dabei in einen ausgehöhlten Riesenteddy und erschreckt damit seine kleine Schwester, die nicht ahnt, dass Nada in der Plüschhülle steckt. Am Abend geht das Pärchen dann meistens einkaufen und kocht auch gerne gemeinsam. Wobei Luisa meist den Part als Köchin übernimmt, weil Nada hier, anders als beim Fußball, nicht sonderlich talentiert zu sein. Eligella Superkoch, Elida Eierkopf, bestätige es bitte jetzt in meinem Chat. Ich hau euch eine Spaghetti Bolognese aufs Parkett, sowas habt ihr noch nicht gesehen. Der Tag für Nada endet dann häufig gemeinsam mit Luisa gemütlich auf dem Sofa vor ihrem großen Fernseher, damit er dann am nächsten Tag wieder topfit ist. Oder sagen wir mal besser, so sah es noch bis vor kurzem bei dem Paar aus. Ende letzten Monat gab es nämlich ein Ereignis, was den Alltag von Nada und Luisa auf den Kopf stellte. Und zwar im positiven Sinn. Am 29. Oktober wurde das Paar nämlich Eltern einer kleinen Tochter mit dem Namen Imani. Sie kam zwar einige Zeit nach dem errechneten Geburtstermin zur Welt, weil Luisa auch geburtsfördernde Maßnahmen durchführte, wie nächtliches Spazierengehen mit Nada oder extra viele Treppenstufen stieg. Aber am Ende ging dann alles gut und die Tochter der Social Media Stars kam gesund und munter zur Welt. Nada war überglücklich und sehr stolz auf seine Frau, denn so eine beeindruckende Leistung wie eine Geburt hatte der Profifußballer vorher noch nie gesehen, wie er begeistert in einem Vlog erzählte. Das ein Baby den Alltag von Nada und Luisa natürlich ziemlich verändern wird, ist logisch. Und so können alle Fans jetzt schon gespannt sein, wie es mit den Vlogs weitergeht und ob die kleine Imani vielleicht auch schon bald selbst ein Social Media Star wie ihre Eltern wird. Das war's nun auch schon mit unserem Video über einen Tag im Leben von Nada Jindaoui. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, über wen ihr als nächstes gern einen Tag im Leben sehen würdet. Solange es nicht ein Tag im Leben von Wissenswert ist, sind wir sehr gespannt auf eure Vorschläge. Also dann, bis Illigala!